Oh, wir haben schon ein Match gefunden. Alles klar, ich will gerade Deathmatch beitreten. Oh, jetzt hab ich mehr. Genji. Muss ich mir jetzt Mühe geben, ja, ne? Ist ja dein Main. Ich hab hier geübt mit Genji eine Zeltlung. Und zwar diese Kombination, wo man so ein Level 200er Helden, also Level Leben. Helden mit 200 Leben direkt killern kann. Dieses nach vorne dashen mit dem Dings und danach schlagen. Gar nicht so einfach. Hab ich denn eine Zeit lang ingame aktiv probiert, aber uff, also es ist echt um da die genaue Entfernung zu schätzen. Wo willst du raus? Großer? Ich glaube, ich geh mal in die Mitte. Uff, da mach ich nichts falsch. Haben sich zwar unsere Heiler und der Rest irgendwie anders entschieden, aber egal. Wir treffen uns ja eh vorne. Wir treffen uns auf dem Schlachtfeld. Das ist cool. Das ist cool. Ah, die Dings da kommt. Das ist schön. Da kommt ein Affe. Da kommt ein Affe. Da kommt ein Affe. Der ist low. Der ist low. Der ist low, bitte. Sehr schön. Da hinten ist ein Switcher 76. Nein, ich bin gehackt. Ryu 17. Den Genji da von... Von Atlantic Oyster. Das ist ein Genji-Skin. Oder was meinst du jetzt? Ich bin übrigens eine Twirling May. Und nein, ich kann nicht einfach eine ganz normale May sein. Oh, wie ist es ja früher? Die Anna ist low. Ich bin am... Ich bin hier neben dem Punkt. Ja, ich komm mal in deine Richtung. Ich bin tot. Ich werde wiederbelebt. Warum? Nein, Reinhard. Renne doch nicht weg. Und er... Oh, der Vollforsten. Okay. Das Ziel gehört ihm. Hast du gehört? Wir müssen nichts mehr machen. Lass uns im Sporen warten, bis es vorbei ist. Wir haben einen... Ja, das Ziel gehört leider nicht. Ja! Fein gemacht. Nein! Ich bin tot. Rockler. Ich bin auch gleich tot. Nein! Gibt es denn einen Feuerskill? Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen. Ja, der ist auch mega cool. Gab es dazu nicht auch... Gab es den nicht auch jetzt Hanzo-Skin? Also Genji und Hanzo damals? Weiß ich gar nicht. Ich dächte. Was ich dächte und was dann wirklich so ist. Wollen wir hoch? Mir soll es egal sein. Du musst Aua machen. Es kommt ein Gizaria hinter uns. Krampf mit hoch. Ich bin direkt mal runtergefallen. Du bist alleine? Was? Sind es ein Gittchen? Wie macht ihr denn das? Nee, für andere gibt es echt keinen Atlantic All-Star-Skin. GG. GG. Ein eigenes Spiel. Sehr gut gemacht. Ach, warte.